Sie fängt schon mit dem Anfang an, das sollt's ja nicht ausgehen. Wow! Da kreist sie noch. Wie dann? Uff. Ich hab meine, pass auf, die Nastja habe ich mir ein bisschen ausgecheckt online. Ja, und da war es very excited, weil ihre Online-Präsenz und welche Songs sie da auf Instagram veröffentlicht, sind wirklich very nice, super gesungen. Nicht, dass es nicht gut gesungen war, aber ich würde behaupten, es war nicht ihr stärkstes Moment in ihrer Gesangskarriere. Jetzt hier heute? Ja, jetzt hier wahrscheinlich. Ich hab halt, ich muss dazu sagen, ich hab halt, wie sie die Version von Jessie J im Ohr, wie sie den Song gemacht hat, mit ihrer Liveband, das war irgendein Mother's Day und die hat das Publikum so weggeblasen. Nastja ist weiter einmal auf jeden Fall, well deserved, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja.